Wie nimmt man Supplements richtig auf Reisen mit? Ich zeig's dir. Zuerst einmal, was darf ins Handgepäck? Wenn du außerhalb der EU reist, dann solltest du nicht mehr wie 350 Gramm Pulver mitnehmen. Wie wir zum Beispiel in die USA, dann wiege ich immer mein Proteinpulver und mein Strong immer so fein ab. Genauso viel, wie ich eben in der Reise brauche. Und die Kapseln mache ich auch separat. Wenn du in der EU reist, dann ist es eigentlich egal, wie viel Pulver du im Handgepäck dabei hast. Der Rest geht auf jeden Fall alles in den Koffer rein. Und jetzt, Leute, ich nehme immer so viele Supplements mit. Übrigens gott Kai für den besten Deal bei Rocco Nutrition. Der Koffer geht jetzt gleich zur Gepäckabgabe und das Handgepäck zum Security-Check. Und dann schauen wir auf jeden Fall mal, was passiert. Mein Koffer habe ich dann wie jedes andere Gepäckstück ganz normal abgegeben und wurde dabei nicht nach meinen Supplementen gefragt. Auch die Supplemente im Handgepäck sind ohne Probleme durch den Security-Check gekommen. Die habe ich mir natürlich erst mal auf dem Flug schön gegönnt. Denn die Gains werden sich in jeder Lebenslage gesichert. So, Leute, wir sind gelandet. Der Koffer hat es auf jeden Fall sicher geschafft, ohne Probleme. Mein Rucksack auch durch den Security-Check. Jetzt weißt du auf jeden Fall, wie man Supplements sicher auf Reisen mitnimmt.